Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich habe was ganz schönes für euch, denn ich habe heute einen kleinen Schatz gefunden. Ich arbeite ja an einem Elektrofachmarkt und heute laufe ich an dem Müll vorbei und da liegt einfach eine Tasche drin und ich habe einfach nur reingegriffen und habe gesehen, was drin lag und habe mir gedacht, holy shit. Und ich schwöre euch, ich habe ein, zwei Sachen kurz raus und mehr habe ich heute einfach noch nicht geschafft rauszutun und wir gucken jetzt in diesem Video zusammen mal, was da drin ist. Was mich da so angelacht hat, zeige ich euch als allererstes und das ist ja wohl mal der größte Schatz, den man mir geben kann, selbst wenn es nicht mehr funktioniert. Achtung, ein Atari 2600, das ist so krass, ich habe so ein Ding noch nie in der Hand, ich habe es mal gesehen irgendwo, aber ich habe es noch nie in der Hand. Es sieht natürlich alles richtig verstaubt aus, hier kommen glaube ich die Controller rein, aber das Ding werde ich auf jeden Fall hegen und pflegen und wieder aufpäppeln. Und auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht kriege ich es ja wieder zum Laufen. Schaut euch das Netzteil an. Was ist das? Hallo? Gehört das echt dazu? So ein Riesenteil? Und das hier, ist das nicht episch? Der klassische, originale Atari Controller. Hallo? Also wenn das mal nicht passend ist, ich habe ja am Wochenende endlich mal Ready Player One angeschaut und auf einmal schenkt mir das Universum sowas Geiles. Ich bin so glücklich, mein Leute, ohne Scheiß. Es ist auch eine Maus dabei. Noch klassisch mit diesen Bällchen drin, kennt ihr den noch? Den man rausgetan hat, damit der ganze Staub rausgeht und so. Das ist der Fähne schon. Oh mein Gott, schaut mal, was ist das denn? Den kenne ich nicht mal, den Controller. Eins, zwei und ein Joystick noch dabei. Krass. Ich tue jetzt mal alle Spiele raus, die ich da drin sehe. Leute, das ist echt ein Haufen. Okay, Bobby geht nach Hause. Noch nie gesehen. Sieht richtig, richtig klassisch aus. Motocross. Atari 2600, Pole Position. Football, auch in Deutschland bekannt als Soccer. Die Titel sind so geil. Eishockey-Fieber. Oh my goodness. Spider-Man. Der Spinnenmann auf Atari. Wie krass, original. Und die Moon Patrol. Außerdem darf man einfach nicht vergessen, Tennis. Und Solaris. Außerdem sind da noch ein Haufen Raubkopien drin. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Atari 2600 Disc einliest, aber ich schwöre... Entschuldigung, es hat noch was gefehlt. Aber ich schwöre euch, da sind ein Haufen Disketten dabei mit Spielen drauf, wie SimCity etc. Gab es das dafür? Ist das wirklich legal? Nintendo 1983. Super Mario Brothers. Jetzt sagt mir aber bitte, ist das eine legale Version oder ist das alles komplett illegal? Ich habe doch noch nie Super Mario Brothers auf der Atari gesehen. Sorry. Vielleicht sind es ja auch irgendwelche unprogrammierten Mods, wenn da so viele Disketten dabei sind. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, Alter, ich schwöre euch, da sind noch 30, 40 Spiele als Diskette drauf. Ich zeige es euch einfach mal. Es hat selber geschrieben. Wall Street Wizard. SimCity. Was ist das? Sherman. Italia 90. Street Fighter 2 2? Was? Street Fighter 2 3? Achso, wahrscheinlich braucht das eine Spiel gleich mal 5 Disketten. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Das ist so geil. Data Backer. Absis 5 Spiele. Pinball Team. DuckTales Part 2. Hunter. Und so weiter und so fort. Ey, richtig, richtig viel. Ich habe halt keine Ahnung, wie es funktioniert. Zurück in die Zukunft 2. Alter, von auf Sigma Disketten. Schau, die Disketten sind ja mittlerweile schon wieder was wert. Ja, auf jeden Fall den einen seinen Müll, den anderen seinen Traum. Also ich kann aber nur sagen, Leute, ist das nicht geil? Ich habe einfach für mich persönlich einen richtig geilen Schatz heute gefunden, oder? Ist das Hammer? Also, wenn ihr denkt, oder vielleicht weiß jemand von euch, sind die Spiele denn jetzt legal oder illegal? So Super Mario Bros. auf der Atari ist mir nicht bekannt. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega toll und ich werde demnächst probieren, ob es geht. Und ich werde da mal in die Kommentare nochmal schreiben, ob das Ding funktioniert oder nicht. Voll cool, Mann. Also Sammlerherz, richtig geil. Habt ihr auch schon mal sowas wie einen Schatz gefunden? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, ihr müsst euch die Augen offen halten. Wie gesagt, der eine empfindet es als Müll, der andere als absoluten Schatz. So wie bei, keine Ahnung, wie bei Kunst. Weißt du, der eine kann nichts damit anfangen, der andere findet es einfach nur leidenschaftlich und grandios. Deswegen, haltet ihr Augen offen, vielleicht findet ihr auch was. Ansonsten vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wann immer es nötig ist. Ciao!